Musik 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 Kampf der Giganten oder Tage des Donners. So nennt sich die Veranstaltung in Riedeweg. Kein Wunder bei der Kulisse. Zwischen 4.000 und 5.000 Besucher pilgern am Rennwochenende im August an den Göhlenweg. Das Traktor-Pulling-Event ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben mittlerweile. Es ist ein kleines Familienfest geworden für Jung und Alt. Die Stimmung ist einfach genial und selbst die Moderatoren kommen hier mittlerweile sehr gerne her, weil es einfach coole Stimmung ist und die Zuschauer immer gut drauf sind, immer Party ist. Für jeden was dabei, sag ich mal. Seit 1988 ziehen die Traktoren in Edebecht um die Wette. Vier Jahre später, 1992, findet erstmals ein Loch zur Deutschen Meisterschaft statt. Gefahren wird hier am Ende der Saison. Da ist es durchaus möglich, sich den Titel vorzeitig zu sichern. 2011 schaffte dies etwa Josef Reinke vom Kloppenburger Team Bruns. Auf dem Pro-Stock-Schlepper Blue Wendelin. Wie soll man es nennen? Geil! Gibt kein besseres Gefühl. Wir haben es ja gehofft. 20 Jahre Edebecht, 10 Jahre Team Bruns und dann den Deutschen Meistertitel. Und das hat knapp gereicht, aber es hat hingehauen. Ziel beim Traktor-Pulling, den Bremswagen über die 100-Meter-Marke der Strecke zu ziehen und so einen sogenannten Full-Pull zu schaffen. Dabei bewegt der Traktor das Vierfache seines Gewichts. Da kann es schon einmal vorkommen, dass der Start nicht klappt und der Fahrer abbrechen muss. Die Drehzahl fiel ein und wenn die erstmal unter einer bestimmten Drehzahl ist, dann kommt der Motor nicht wieder hoch. Dann macht man lieber einen zweiten Startversuch. Geschieht dies innerhalb der ersten 20 Meter, heißt es... Ich komme wieder. Ein gelungener Start und auch die Abgasfahne sieht spektakulär aus. Möglichst schwarz soll sie sein und Kerzen gerade nach oben gehen. Dann hat man das richtige Mischungsverhältnis. Äh, ja, desto besser die Abgasfahne ist, desto besser dreht der Turbo. Und solange der Turbo dreht, hat man auch den Schwung und der Drehmoment, weil sobald die Turbodrehzahl abfällt, ist der Drehmoment weg und ist dann auch nicht mehr möglich, noch viel weiter zu fahren. Nicht nur für den Schlepperfahrer sind die 100 Meter oft ein spannender Ritt. André Scharre sitzt seit 1988 auf einem Bremswagen wie dem Red Shadow und findet das Gefühl immer noch unbeschreiblich. Ich sag mal so, wenn 25 Tonnen innerhalb von sieben bis acht Sekunden beschleunigt werden, das ist schon ein wahnsinniges Gefühl. Bei einer Achterbahn sehe ich genau die Fahrtreihenfolge, welche Kurve wann kommt. Als Bremswagenfahrer weiß ich nicht, was der Treckerfahrer da vorne macht. Von daher immer jeder Zug ein unwahrscheinliches Kribbeln in der Magengegend. Doch nicht nur deutsche Traktoren treten in Edewecht an. Das Starterfeld ist meistens international. 2011 startete etwa Red Poison aus den USA in der Klasse der Mini-Puller. In der Pro Stock-Klasse waren ein Jahr später Trecker aus Dänemark, Luxemburg, Frankreich und natürlich den Niederlanden dabei. Holländische Schlepper wie etwa Extreme Temptation sind in der Regel auf den ersten Plätzen zu finden. Einfach eine Klasse für sich. Das ist ganz einfach. Die Niederländer, das ist Volkssport. Die Niederländer stecken da tausende von Euros rein. Und in Deutschland ist es halt nicht so ein bekannter Sport und deswegen wird da auch nicht so viel Geld investiert, auch nicht von Sponsoren her. Und deswegen hängen wir da noch ein bisschen hinterher, aber wir arbeiten dran, da irgendwo mal anknöpfen zu können. Der Kampf der Giganten findet jedes Jahr Anfang August am Bühlenweg in Edewecht statt. Das Programm und das Starterfeld in den einzelnen Gewichtsklassen finden Sie auf der Homepage des Veranstalters unter bremswagen.de Die Niederländer sind so gut ab. Die Niederländern